Wie geht eigentlich Hawaii Toast? Gute Uwe! Uli! Alles klar? Herrlich! Wie warst du auf Ibiza? Ibiza war ein Traum. Wir haben kaum gefeiert. Du siehst doch noch echt fit aus. Zehn Tage für die Augenringe, aber es hat sich gelohnt. Nicht so schlecht? Ne, war total schön. Wirklich, hat richtig Spaß gemacht. Wetter hat auch gepasst. 25 Grad tagsüber ist schon warm. Also ich bin ja bei Schnee hier weggeflogen und jetzt 25 Grad, aber ich habe es gut überstanden. Wärmer als in Usingen, ja. Ja, in der Buchfinkenstadt, aber da bin ich ja auch gerne. So, wir haben was zu trinken. Erstmal was machen wir denn? Was machen wir denn zu essen? Wir machen einen Toast Hawaii. Damit ich das passende Getränk schnell mischen kann. Toast Hawaii. Wir gehen zu den Klassikern. Toast Hawaii. Toast Hawaii. Sehr geil. Also dann gibt es dazu das passende Getränk. Ja, das ist Hubba Bubba. Nein, Hawaiian Blue. Okay. Und dieselben Buchstaben eigentlich. Hawaiian Blue und da ist drin Rum, Blue Curaçao, Ananassaft. Okay. Philipp, was noch? Kokosnuss. Kokosnuss, Kokosnuss. Na dann Prost. Guten Morgen. Zum Wohl. Moje. Oh, das ist aber lecker. Das passt schon gut zu uns. Cool, das passt schon echt gut mit der Ananasnote. Passt zum Toast Hawaii. So, was ich für uns gehabt habe, ist ein Toastbrot gebacken. Ich schnall es einfach mal in der Mitte auf. Das hast du selber gemacht? Heute Morgen, ja. Aber Toastbrot ist doch weiß innen beim Toast Hawaii. Wir sind doch Gesundheitsmenschen. Stimmt. Wir haben ein bisschen Sauerteig mit drin. Ich weiß ja, mein Lebensjob als Personal Trainer. Ja, das ist, du trägst mittlerweile schon figurbetont. Da bin ich noch meilenweit von entfernt. Das schaffen wir auch noch, Uwe. Ich jag dich noch mal Pam auf den Hattsteinweiher, dann geht das. Sehr gut. Wir hatten das erfunden. Wie kommst du denn dazu, Toast Hawaii? Bist du da vorbereitet? Gut, das braucht man nicht vorbereitet sein. Einer unserer ersten Fernsehköche in Deutschland, der Herr Wimmenrot. Echt? Genau. Nur weil ich das zufällig weiß, dass der der erste Fernsehköcher in Deutschland war, ja? Weißt du das? Der Herr Wimmenrot. Gab es mal ein Restaurant, das so hieß in Königstein? Oder vielleicht gibt es auch noch Tüps noch nicht, dass ich verklagt werde. Das gab es mal. Aber der ist tatsächlich der Erfinder, oder ihm wird nachgesagt, der Erfinder zu sein von Toast Hawaii. Warum hat er das gemacht? Es muss irgendwann Anfang, Mitte der 50er Jahre gewesen sein, weil da haben seine Filme angefangen. Und tatsächlich ist das so ein bisschen abweichend von einem amerikanischen Frühstücksklassiker. Der wäre? Irgendwas Spam Bread oder so. Also einfach nur so ein Schinkenbrot. Aber die müssen ja alles, wie wir hier sehen, erstmal in Butter anbraten, weil ohne Butter kein Spaß, ne? Was ist das für Käse? Ich habe für uns ein Provolone geholt. Also der ist jetzt nicht ganz klassisch. Ich persönlich mache es daheim ja ganz gerne mit dem Scheiblettenkäse. Kennst du den? Na klar. Der grüßt euch erst zu Hause. Du hast dabei? Auf jeden Fall. Oh Gott, da tun sich Abgründe auf. Wir lieben Toast Hawaii zu Hause. Da tun sich Abgründe auf. Unsere Vorsprache? Aber der kommt nicht bei uns auf die Karte im Restaurant, oder? Ne. Also es sei denn, ich finde noch eine Variante, wo es ein bisschen verschönert wird. Also wenn wir zu Hause dann mal richtig lecker zwei Gänge essen. Ein bisschen viel Butter, ne? Ne. Gibt es im ersten Gang ganz klassisch einen gebackenen Camembert. Herrlich, ja. Und danach Toast Hawaii. Und du toastest das in der Pfanne, warum? Das toasten wir in der Pfanne. Da hat es ein bisschen die Möglichkeit, ich habe das da so krumm geschnitten. Achso, okay. Da hat es die Möglichkeit auch ein bisschen... Ich bin der Industrieware gewöhnt. Ja. Ein bisschen was von dem Fett weiter aufzunehmen. Von der ersten Seite toasten wir es nur ganz kurz an. Das ist ja viel schlimmer, als für den Toaster das zu machen. Nein, du wirst es nachher beim Probieren merken. Das trieft vor Fett. Das hier ist das High Level. Dann kann ich gleich wieder XL bestellen. Das ist das High Level. Dann haben wir natürlich bei dem Metzger unsere Wahl... Schinken? Schinken gekauft. Wie kommt der da drauf? Einfach schön so ein bisschen aufgerollt. Aufgerollt? Ja, so wie ich es da auf dem Teller vorbereitet habe. Dann sieht das mehr aus. Weißt du? Sieht einfach so ein bisschen mehr aus. Kommt er dann in den Tellerrand, verbrennen wir uns die Finger, machen wir ruhig zwei Scheiben für jeden. Für jeden? Perfekt. Weißt du, was das kostet? Die Kosten sind egal. Ich schaffe es nicht im Ganzen. Das ist viel schlimmer. Ich habe so einen Bock drauf und ich schaffe es einfach nicht. Du hast da richtig Bock drauf. Ja, Wahnsinn. Toast Hawaii ist doch ein Traum. So, dann... Wir in unserem Fall nehmen natürlich nicht aus der Dose, ne? Ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich glaube, wir sind die Gomeckles. Wir schneiden uns von der frischen Ananas. Aber dann reicht doch eine Scheibe pro Toast, oder nicht? Möchtest du nur eine? Aber dann nehmen wir die... Ne, wir nehmen die schönen in der Mitte. Stechen uns dann den Kern aus, weil warum müssen wir den ausstechen? Ja, weil da die Kirsche rein muss. Oh, der geil, ne? Ein reicht tatsächlich. Weil das in der Dose auch ausgestockt ist. Genau. So, und dann schneiden wir uns einfach ein paar Scheiben Provolone. Du hast ihn probiert. Schmeckt er dir nicht oder hast du ihn nur zu dick geschnitten? Ich möchte nicht so dick enden wie der Provolone, deswegen habe ich ihn nur probiert. Außerdem befürchte ich, dass ich das Toast Hawaii auch noch probieren muss. Du wirst mich dazu zwingen, oder? Nö. Machst du keinen Toast Hawaii? Ich weiß es noch nicht. So, dann legen wir mal schön drei Scheiben drauf. So, und wie schmelzen die jetzt? Gehen wir in unseren Salamander. Ich habe von unserem Kameramann Dominik erfahren. Selbst sein Schwiegerpapa hat sowas zu Hause in der Küche rumfliegen. Und was macht man, wenn man sowas nicht zu Hause hat? Im Backofen, oder wie? Backofen, nur die Oberhitze an und schon wird alles gut. Und man beachtet, die Kirsche kommt nicht mit rein. Ja, die Kirsche legen wir nachher nur zur Garnitur drauf. In der Zeit haben wir noch ein bisschen Zeit für unseren Plum. Ja, du könntest auch noch mal was erzählen über das Toaster Hawaii allgemein. Kannst du den Hula tanzen? Nee, ich habe früher nur den Bauchtanz gemacht, aber den habe ich verloren. Spaß. Ja, dann warten wir einen Moment, oder? Gehen wir in die Bar? Trink mal einen, das braucht vier, fünf Minuten. Alles klar, gut, super. Wir sind zurück. Herrlich. Das ist doch immer schön, so vorm Frühstück. Prost. Hier, das ist aber auch, das ist so ein... Was habt ihr denn da jetzt? Ist das fertig? Jetzt muss ich aufpassen. Ja. Du wolltest dich jetzt verbabbeln und jetzt genau den Toaster Hawaii vergisst. Der Toaster Hawaii ist fertig. Das Toaster Hawaii, Entschuldigung, oder? Heißt es den, das? Egal. Der. Der Toaster Hawaii? Der Toaster. Aber es heißt doch das Toast. Ja, aber es ist ja jetzt mit einem Schinken mit einem Mann. Da musst du noch zwei Eier drauf? Der Toast. Ja, gut. So, ach, guck mal hier. Das ist ja brutal. Haben wir noch ein Besteck? Ja, oh. Ich schneide uns das in Häppchen. In Häppchen. Guck doch mal. Jetzt machen wir natürlich jetzt das Wichtigste. Ohne das, ohne die Kirsche, kein Leben. Der passt übrigens auch ganz gut in unseren Trink. Und wo kann man das noch essen, sowas? Das? Wer bietet das an? Ich hätte keine Ahnung, wo wir das hier noch herkriegen. In Usingen, glaube ich, gibt es keinen mehr. Es gab mal eine kleine Kneipe. Den Schlösserkeller, die hatten das noch auf der Karte. Guck dir mal, was ein Traum. Hier schneiden wir nur die Enden ab. Genau. Dann prüfen wir nochmal. Ist das heiß? Glühend heiß. Allerdings. Aber guck mal, wie schön das von unten getoastet ist. Du willst so, dass ich es jetzt umdrehe und mir alles so runterfällt? Nee, ich habe es ja auch festgehalten. Es ist echt so heiß, ich kann es kaum festhalten. Prost. Stoßen wir. Ganz ehrlich gesagt, ohne Ananas wäre es besser, oder? Ich bin Toast-Hawai-Esser, weil ich denke, die einzigste Pizza, die es sich lohnt, essen zu fahren, ist eine Pizza Hawaii. Nee, ich bin Ananas-Fan. Du bist Ananas-Fan? Nee, ich bin... Ganzer Süßer. Ich bin richtig... Das ist nicht so eine süße Ananas. Ich finde es super. Ich hätte auch gedacht, dass es viel mehr nach Fett schmeckt, aber ist gar nicht so. Das habe ich ja versprochen. Na wunderbar. Bei Fett kenne ich mich aus. So, Uli, das war es schon. Mach's gut. Der Wilmen Roth. Dann bis bald. 50er Jahre. Auf bald. Tschau, Freunde. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.